Herzlich Willkommen, Elif Özmen. Frau Professor Özmen studierte Philosophie, Wissenschaftsgeschichte und deutsche Philologie an der Universität Frankfurt und an der Universität Göttingen, kommt also aus einem Bereich, den wir gar nicht gewohnt sind, nämlich Philosophie. Was hat Philosophie mit Service Learning zu tun? Da wissen wir vielleicht ein bisschen was. Sie wurde 2004 an der Humboldt-Union Berlin promuliert und an der LMU in München dann 2010 habilitiert. Sie war Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes und hat mehrere Preise für heraustragende Forschungsarbeiten bekommen. Sie ist dann den üblichen Weg gegangen, verschiedene Positionen in Forschung und Lehre in Göttingen, München und Hamburg und war dann Professorin für praktische Philosophie, so haben wir sie eigentlich auch eingeworben, zu dem Zeitpunkt waren sie es noch, Professorin für praktische Philosophie an der Universität Regensburg mit dem Schwerpunkt Werteentwicklung und zivilgesellschaftliches Engagement. Da schließt sich jetzt der Kreis, nämlich das ist für uns wirklich interessant, was bedeutet eigentlich aus einem philosophischen Blickpunkt Werteentwicklung und zivilgesellschaftliches Engagement. Sie haben von 2014 bis 2016 waren sie im Wertebündnis Bayern und haben dort die bayerischen Hochschulen vertreten und sind jetzt seit kurzem gerade eben Professorin für praktische Philosophie an der Universität Gießen. Frau Professor Oesmann interessiert sie insbesondere für die Herausforderungen freiheitlicher Demokratie, sei es in Bezug auf Fragen der Gerechtigkeit, des Pluralismus und der Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenhangs. Ich bin sicher, dass sie keinen theoretischen Vortrag machen und ich freue mich sehr auf ihren Input zum Thema, wer oder was ist die Zivilgesellschaft. Herzlich Willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte im Folgenden versuchen, das Konzept der Zivilgesellschaft und des bürgerschaftlichen Engagements, die ja auch für diese Tagung zur engagierten Hochschule leitend sind, einer kritischen Reflexion zu unterziehen und Sie werden sehen, dass auch bei meinem Vortrag am Ende Ernüchterung bezüglich bestimmter Erwartungen stehen wird. Die Bedeutung der Zivilgesellschaft für die Demokratie im Allgemeinen und den Zivilen, das heißt den bürgerschaftlichen Umgang und Zusammenhalt im Besonderen, wird ja aller Orten und von ganz verschiedenen Akteuren beschworen. Gerade auf den selbstorganisierten Initiativen, Vereinen, Organisationen und Bewegungen, die also weder dem Staat noch dem Markt noch der reinen Privatsphäre zuzuordnen sind, gerade darauf scheinen die Hoffnungen zur Lösung der Problemlagen und Herausforderungen unseres Zusammenlebens zu ruhen. Welches ist der Presenter dieser hier? Nein? Doch. Neuerdings kann man zum Beispiel an diesem Bild sehen, Demokratie leben soll hier vor allen Dingen heißen, dass die lebendige Demokratie sich nicht im Parlament, auch nicht im Unternehmen, auch nicht zu Hause, sondern gewissermaßen auf der Agora oder auf der Straße realisiert, wo sich sehr unterschiedliche Menschen zivil begegnen und sich eben auch vergemeinschaften zu bestimmten Zwecken. Neuerdings kann man sogar den Eindruck gewinnen, dass die Zivilgesellschaft gerade da greifen soll, wo der Staat und natürlich auch der Markt versagen. Die sogenannte Flüchtlingskrise scheint mir ein gutes Beispiel dafür zu sein und das ist ja auch eines der leitenden Themen dieser Tage. Aber der Bezug zur Zivilgesellschaft hat natürlich auch diagnostische Funktionen, weil der Flüchtlingshilfe scheint es gelungen zu sein, hier scheint die Zivilgesellschaft nun eher zu versagen. Und wo die Zivilgesellschaft versagt, da kommt der Staat wohlmöglich bereits zu spät. Es ist nicht ganz klar, wie ein Ministerpräsident die Zivilgesellschaft in Sachsen stärken könnte. Das sind ganz wenige und tagesaktuelle Beispiele und ich hoffe, dass die bereits zeigen, dass die Zivilgesellschaft ein vielfältiges Phänomen ist, dem ich in drei Teilen, drei Schritten meines Vortrages nachgehen möchte. Ich möchte etwas über den historischen Hintergrund sagen, dann eine allgemeine Definition präsentieren und auch schon problematisieren, um dann abschließend die Erwartungen, nämlich insbesondere die normativen Erwartungen, die mit diesem Konzept der Zivilgesellschaft verknüpft werden, zu thematisieren und dann natürlich auch zur Diskussion zu stellen. Zunächst zur Zivilgesellschaft aus historischer Perspektive. Es ist nun so, dass der Begriff der Zivilgesellschaft oder der Civil Society die öffentliche, die politische Debatte seit den frühen 1980er Jahren prägt und er hat hierbei eine durchweg positive Konnotation. Der Bezug auf die Zivilgesellschaft spricht immer schon für sich selbst. Zivilgesellschaft gilt als etwas Gutes, zivilgesellschaftliches Engagement als förderungswürdig und das ist einer der Gründe, weswegen es sich in der Wissenschaft zum Beispiel, also in den Hochschulen, in diesen Leitbildern findet. Auch an den Hochschulen wollen wir eben das zivilgesellschaftliche Engagement unserer Studierenden fördern. Nun, und diese positive Sichtweise auf die Zivilgesellschaft ist zunächst einmal gar nicht das Ergebnis irgendeiner Theoriedebatte innerhalb der Wissenschaft, sondern eigentlich eine ganz bemerkenswerte Reaktion der Wissenschaft, nämlich der Politikwissenschaft, der politischen Theorie und auch der politischen Philosophie auf bestimmte reale historische Erfahrungen, Ereignisse und den gesellschaftlichen Umbrüchen, die damit einhergegangen sind. Und zuvorderst ist das die Dissidenten- und Demokratiebewegung in den mittelosteuropäischen, vormals sozialistischen Staaten gewesen. Hier fanden Transformationen statt und die Waren getragen von Akteuren, mit denen man gar nicht gerechnet hatte. Also ich jedenfalls die Wissenschaft hatte mit denen nicht gerechnet, nämlich staatsunabhängigen Solidar- und Kommunikationsstrukturen, die auf einmal Revolution machen, aber auch nicht so Revolution machen, wie es sich der Marxismus oder die Internationale Linke eigentlich immer vorgestellt hat. Hier haben friedliche, sogenannte samtene, legale, konstitutionelle Revolutionen stattgefunden, deren Ziel ja nicht so sehr die radikale Umkehrung der Verhältnisse, sondern ich sag mal nur die Anerkennung der Menschenrechte, insbesondere der politischen Partizipationsrechte, der freien Wahlen und der Mobilität gewesen sind, sowie auch sozusagen die Wohlfahrtserwartungen, die mit einer freien Marktwirtschaft einhergehen. Es gibt noch eine zweite Quelle für diese positiven Konnotationen und das sind die sogenannten neuen sozialen Bewegungen, also das, was seit den 1970er Jahren entstanden ist, die Frauenbewegung, die Friedensbewegung, die Anti-Atomkraft- und Ökologiebewegung, natürlich auch die sogenannten Solidarität mit X-Bewegung, also auch die Refugees-Welcome-Bewegung ist so eine Solidarität mit X-Bewegung, aber auch gegenkulturelle Bewegungen, zum Beispiel Kanak-Attack oder die Homosexuellen- und LGBT-Bewegung. Hier geht es zum einen um die ökologischen Folgen unserer technisierten und wachstumsfixierten Lebensweise und zum anderen, das ist vielleicht noch interessanter, um Lebensstil, um Selbstbestimmung und Verwirklichung, eigentlich um Identität. Die dritte Quelle hat etwas mit Globalisierung zu tun und der Idee von Weltproblemen, einer Weltöffentlichkeit und daher ganz folgerichtig auch einer internationalen Zivilgesellschaft. Gemeint sind damit bestimmte Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel Greenpeace oder Amnesty International, denen eben eine Schlüsselrolle bei Demokratisierungsprozessen oder der Legitimierung von bestimmten politischen Handlungsfeldern zugesprochen wird und die deswegen auch zum Beispiel bei UNO-Konferenzen oder durch die Europäische Kommission in bestimmten Themen regelmäßig konsultiert werden und auch konsultiert werden müssen. Hierunter fallen aber auch Gegenbewegungen zu global agierenden Akteuren wie dem IWF oder der EZB, den G7-Gipfel, TTIP, CETA. Es gibt eben auch neueste soziale Bewegungen wie Attack, Occupy, Anonymous, die sich selbst als Sprecher der globalen Zivilgesellschaft verstehen. Was ich sagen möchte ist, der Begriff, das Konzept der Zivilgesellschaft ist erst im Zuge solcher Ereignisse theoretisch geschärft worden und hat erst so allmählich Eingang in die politische Philosophie und in die Politikwissenschaft erhalten. Und da das so ist, könnte es ja trotzdem sein, dass die Zivilgesellschaft, auch wenn sie nicht ständig bemüht wurde und vielleicht noch gar nicht unter diesem Begriff verhandelt wurde, schon viel länger gibt. Man könnte ja fragen, seit wann es die Zivilgesellschaft gibt, gibt es die Zivilgesellschaft. Und da gibt es eben manche, wenn man so die Literatur sichtet, die sagen, schon immer. Also jedenfalls seit es politische Ordnung gibt, gibt es Zivilgesellschaft. Schließlich schließen sich die Bürger und dann später auch die Bürgerinnen schon immer zusammen zur Wahrung ihrer bürgerlichen Interessen. So kennt ja zum Beispiel schon Aristoteles die Vorstellung einer Civitas, einer Gemeinschaft der Bürger, die sich für ihre gemeinsamen Belange, eben für dieses Tag Politica, woher auch unser Begriff des Politischen kommt, einsetzen. Ich selber denke, dass ein solcher Ansatz, der eine Kontinuität der Zivilgesellschaft über alle möglichen historischen und politischen Entwicklungen hinweg behauptet, wirklich nicht weiterführt ist. Denn zum Beispiel mit Blick auf Aristoteles ist doch klar, dass hier ein Politikmodell zugrunde liegt, das weder den Staat noch die Gesellschaft noch Bürger in einem für uns relevanten oder interessanten Sinne kennt. Irgendwie beruft man sich ständig auf die antike Demokratie, verkennt aber, dass es sich bei der Antikendemokratie keineswegs um einen Demos in unserem modernen und pluralistischen Sinne gehandelt hat. Jetzt könnte man eben die historische Entwicklung ernst nehmen und sagen, die Zivilgesellschaft entsteht unter bestimmten historischen Bedingungen. Da muss man sich fragen, welche Bedingungen sind denn das eigentlich? Nicht nur der Staat und die Gesellschaft, sondern in diesen auch bestimmte soziale Verhältnisse müssen sich erst entwickeln, damit wir so etwas wie Zivilgesellschaft haben. Zum Beispiel brauchen wir Kooperationsbeziehungen in der Bürgerschaft, wir brauchen so etwas wie ein Grundvertrauen in den anderen, wir brauchen eine Art von Vernetzung, wir brauchen gemeinschaftsbezogene Normen und Werte, das was Robert Putnam soziales Kapital nennt. Und das entsteht einfach erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, wo im Übrigen auch das, was wir Staat nennen, entsteht. Und zwar im Zuge von verschiedenen Prozessen, nämlich der Demokratisierung. Sie brauchen einfach bestimmte Institutionen der Partizipation und dann auch der Repräsentation, um von Bürgergesellschaft sprechen zu können. Im Zuge von Prozessen der Liberalisierung, irgendwie müssen Freiheit und Gleichheit zu bürgerschaftlichen Werten werden. Und natürlich auch im Zuge der Solidarisierung. Sie brauchen sozialstaatliche Elemente, eben die Solidarität, die vorhin schon angesprochen wurde, die aber kein Lippenbekenntnis bleiben darf, sondern irgendwie auch eine institutionelle Grundlage haben soll. Wenn wir uns eine solche Erklärung in Bezug auf die Zivilgesellschaft zu eigen machen, kann man eine Sache besonders gut erklären, nämlich gewissermaßen ein Versagen der Politikwissenschaft und der politischen Thinktanks und vielleicht auch der westlichen Geheimdienste. Nämlich sie ändern sich vielleicht, dass es eine allgemeine Verwunderung im Westen gegeben hat im Zuge des sogenannten arabischen Frühlings. Man war ungemein verwundert über diese, ja, zunächst ja wirklich emanzipatorischen und reformatorischen Bewegungen, weil man in diesen Ländern mit einer Zivilgesellschaft schlichtweg nicht gerechnet hat. Das war so überraschend für alle und das ist faszinierend. Warum hat man nicht mit einer Zivilgesellschaft gerechnet? Weil man davon ausgegangen ist, dass unter diesen politischen Verhältnissen und in diesen sozialen Ordnungen etwas gar nicht entstehen kann. Es gibt noch eine dritte These, die sagt, es ist sozusagen systematisch zu erschließen, was die Zivilgesellschaft ist. Es hat eine spezifische Funktionslogik. Zivilgesellschaft beschreibt eine eigene Sphäre zwischen Staat, Markt und eben dem, was wir Privat, Privat, Privatheit nennen. Zivilgesellschaft ist nicht einfach Gesellschaft, sondern hat einen ganz eigenen Raum, folgt einer eigenen Funktionslogik, meint einen eigenen Typ sozialen Handelns. Das ist sozusagen der dritte Sektor, mit dem das ja häufig gleichgesetzt wird. Und die eigene Funktionslogik hat sehr viel mit den eigenen Zwecken der Zivilgesellschaft zu tun. Es geht eben nicht um Macht, es geht auch nicht um Gewinn, es geht auch nicht darum, Zuneigung zu bekommen, sondern es geht um das Gemeinwohl, das Allgemeinwohl. Und an dieser systematischen Definition orientieren sich ganz viele Theoretiker der Zivilgesellschaft, vermutlich auch die Politiker, die die Zivilgesellschaft immer so hoch halten. Ich habe Ihnen mal eine solche allgemeine Definition mitgebracht. Benjamin Barber ist ein amerikanischer Philosoph, der für das Konzept der Strong Democracy, der starken Demokratie hier Werbung macht und eben der Zivilgesellschaft hier eine wichtige Rolle zuspricht. Ich lese Ihnen das lange Zitat einfach mal vor. Die Zivilgesellschaft, der bürgerliche Raum besetzt die Mitte zwischen Politik und privatem Sektor. In diesem Bereich sind wir öffentliche Wesen. Wie eine Regierung haben wir einen Sinn für öffentliche Aufgaben und Achtung vor dem Gemeinwohl. Aber anders als eine Regierung erheben wir keinen Anspruch auf die Ausübung eines Gewaltmonopoles. Wie der Privatsektor hat auch dieser nachbarschaftliche kooperative Bereich der Zivilgesellschaft Teil am Geschenk der Freiheit. Aber anders als der Privatsektor strebt er Gemeinsamkeit und konsensuelle Handlungsweise an. Die Zivilgesellschaft ist somit öffentlich politisch ohne Zwangscharakter zu haben. Sie ist freiwillig, voluntaristisch, ohne privatisiert zu sein. Was man hieraus ableiten kann, ist eine weite Definition von Zivilgesellschaft, über die weitgehend Konsens herrscht und die etwa so aussieht. Die Zivilgesellschaft ist das in den Bereichen zwischen Staat, Markt und Familie verankerte Netzwerk von Initiativen, Zirkeln, Vereinen, Organisationen, Arenen. Und was dieses Netzwerk eben kennzeichnet, im Unterschied zu anderen Kooperationsformen ist, dass es nicht staatlich ist, nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, dass es sich um freiwillige Zusammenschlüsse handelt, dass es hier friedlich eben zivil zugeht, dass man öffentlich agiert und bestimmte ureigene Zwecke verfolgt. Und es ist dieses allgemeine verbreitete Konzept von Zivilgesellschaft, das in der öffentlichen Debatte, aber auch in der wissenschaftlichen Debatte wirklich mit Erwartungen angereichert wird, die zum Teil schwärmerische Züge aufweisen. Zivilgesellschaftliche Akteure sind aber, und das ist gewissermaßen meine These, nicht grundsätzlich anerkennungswürdig, weil schon diese weite Definition eine Reihe von Fragen aufwirft und einfach Probleme mit sich bringt. Ich habe das hier einmal versucht, also nicht staatlich soll es sein, aber zugleich politisch. Und hier gilt es zu klären, was das heißen könnte, dass man politisch ist, in welchem Sinne, in welchem Bereich. Nicht auf Gewinn ausgerichtet, einerseits, aber die Vertreter und Vertreterinnen zivilgesellschaftlicher Organisationen wissen, dass man auch zivilgesellschaftliche Engagements finanzieren muss. Und das tut man mithilfe des Staates oder mithilfe des Marktes. Also hier gibt es irgendwie ein Interaktionsgefüge, auf das man nachhaltig auch angewiesen ist. Es handelt sich um freiwillige Zusammenschlüsse, ja, aber welches sind denn jetzt genau die Kriterien für einen solchen Zusammenschluss? Eine definierte Mitgliedschaft, also bei Vereinen, ja. Bei anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren ist das nicht zutreffend. Die bloße Teilnahme, also wenn ich einmal zu Occupy Wall Street gehe, bin ich dann schon zivilgesellschaftlich engagiert? Wenn nicht, wie oft muss ich hingehen? Reicht es, wenn unsere Studierenden den Facebook-Auftritt von Campus Asyl mit so einem Like versehen? Ist das schon Engagement oder müssen Sie selber etwas tun? Was genau müssen Sie tun? Was ist mit der monetären Unterstützung? Also ich bin zum Beispiel seit 20 Jahren passives Mitglied bei Amnesty International. Bin ich jetzt schon zivilgesellschaftlich engagiert? Friedlich? Ja, aber was ist mit kontrollierten Rechtsbrüchen? Was überhaupt ist mit zivilem Ungehorsam? Da die Zivilgesellschaft auch als ein Korrektiv für bestimmte demokratische Herausforderungen begriffen wird, kann sie eigentlich nur dann auf sich aufmerksam machen, wenn sie auch eine gewisse Sichtbarkeit hat und sie geht dann vielleicht über das bloße Demonstrieren oder ein Facebook-Auftritt irgendwie hinaus. Zum Beispiel eine Straße zu besetzen ist für manche schon eine Form des unfriedlichen Widerstands und das gilt es größermaßen zu klären, wie viel Gewalt am Ende ist hier erlaubt, damit es sich noch um eine zivilgesellschaftliche Organisation handelt. Öffentlich agierend, ja wunderbar, aber in der Demokratie gibt es nicht nur eine Öffentlichkeit. Es gibt Öffentlichkeiten, die wir für wünschenswert halten und solche, die wir nicht ganz so attraktiv finden. Öffentlichkeiten sind es vielleicht gleichwohl oder Orte für zivilgesellschaftliches Engagement sind es vielleicht gleichwohl. Wir müssen also etwas darüber sagen, welche Öffentlichkeit denn hier gemeint sind und schließlich ihre Zwecke verfolgend, sie können es sich schon denken. Welche Zwecke denn und welche nicht? Diese Zweckgebundenheit der Zivilgesellschaft macht nämlich einen Unterschied ums Ganze. Dass es nämlich überhaupt eine Vielfalt an zivilgesellschaftlichen Organisationen in einer Gesellschaft gibt, dass also ein großer Teil der Bürgerschaft in hohem Maße sich aktiv an solchen Organisationen beteiligt. Das alleine kann jedenfalls kein Indiz für etwas sein, das schon unsere Wertschätzung verdient. Das Vorliegen von zivilgesellschaftlicher Power in einer Gesellschaft sagt uns nicht unbedingt schon, dass diese Zivilgesellschaften etwas Gutes sind oder etwas Gutes bewirken. Ein gut untersuchtes Beispiel für diese These ist die Weimarer Republik. Da gab es eine große Anzahl freiwilliger Vereinigungen und Organisationsformen. Diese waren aber eben nicht durch Zivilität, also durch ein geteiltes bürgerschaftliches Ethos geprägt, sondern sie agierten primär und ziemlich kompromisslos für ihre je eigenen ideologischen Forderungen, sodass man, wenn man den weiteren sozusagen Verlauf der Weimarer Republik und das Umschlagen in den Narzissmus betrachtet, nicht nur sagen müsste, dass da die Eliten versagt haben, das ist ja so eine beliebte Erklärung, sondern gewissermaßen auch die Zivilgesellschaft versagt hat. Ein anderes aktuelles Beispiel, nicht wenige islamistische Organisationen, zum Beispiel im Nahen Osten, betreiben Krankenhäuser, Schulen, Jugendprojekte, überhaupt soziale Hilfsprojekte und sie erfreuen sich gerade deswegen einer großen Zustimmung durch die Bevölkerung. Auch wenn das nicht in unsere übliche und vielleicht gewünschte Sichtweise passt, moderate Islamisten sind jedenfalls zu einem Teil Reformakteure in diesen Ländern. Zugleich haben sie ja klare und gemeinschaftsstiftende Werte, die verfolgt werden, die aktiv verfolgt werden, aber zugleich verfolgt zum Beispiel die Hamas, die manche für die größte zivilgesellschaftliche Organisation in diesem Raum halten, ja nicht nur humanitäre, aber das tut sie auch, verfolgen auch humanitäre Zwecke, sondern auch zum Beispiel gegen israelische Zivilisten und Soldaten gerichtete militärische, nach Auffassung der UNO und der EU, terroristische Ziele. Und ich denke, es sind nicht nur diese unfriedlichen Mittel, die die Hamas wählen, sondern bestimmte Zwecke, die mit diesen Mitteln realisiert werden wollen, die es irgendwie falsch erscheinen lassen, die Hamas als eine zivilgesellschaftliche Organisation anzuerkennen. Und trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass sie ihrem Selbstbild gemäß das anders sieht. Wir müssen uns also fragen, welche Akteure wir meinen, wenn wir so positiv von der Zivilgesellschaft sprechen, beziehungsweise welche Zwecke, welche Werte, welche Engagements für was denn genau die entsprechenden Gruppierungen eigentlich erfüllen sollen. Und damit gehen wir eben über so eine allgemeine Beschreibung, Definition hinaus und sprechen über bestimmte Werte und bestimmte Normen. Die Zivilgesellschaft ist eine Art Hybrid aus deskriptiven Bedeutungsebenen und normativen Bedeutungsebenen. Und das geht häufig genug verloren, dieses hybride Moment. Und das ist wahrscheinlich ein Grund für die Attraktivität dieses Konzeptes. Also, zum letzten Teil Zivilgesellschaft als Buch. So, ist das jetzt passiert? Die Folien von Deutschland, sollen Sie kurz reparieren? Nein, nein, wir machen das jetzt. Ohne, gut. Da steht wenig so viel drauf. Genau, in der politischen Philosophie und in der Politikwissenschaft, insbesondere hier in der Demokratietheorie, wird die Zivilgesellschaft als eine Ressource von Problemen betrachtet, und zwar ganz spezifischen politischen Problemen, mit denen gerechnet werden muss, und zwar in der repräsentativen, liberalen und pluralistischen Demokratie. Ja, für diese Probleme soll die Zivilgesellschaft eine Lösung bieten, zu diesen einzelnen Punkten. Repräsentativ heißt ja einfach erstmal nur, dass das Volk beziehungsweise der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin vertreten wird, in ihren Interessen durch Abgeordnete oder eine Regierung, die das parlamentarische Geschehen für die Zeit einer Wahlperiode stellvertretend bestimmen. Und die Probleme, die jetzt damit einhergehen, und das ist ja nun ziemlich aktuell, ist, dass die Interessen der Bürgerinnen eventuell nicht adäquat vertreten werden, oder die Bürgerinnen es jedenfalls so wahrnehmen, als würden die da oben, ergo die da in Berlin oder in Brüssel, sie nicht ernst nehmen, als würde man zum Stimmvieh degradiert werden, und das wäre tatsächlich zu wenig für das, was mit demokratischer Partizipation immer gemeint ist. Und hier würden dann Motivationsverluste oder die Politikverdrossenheit drohen. Das wäre ein spezifisches Problem der repräsentativen Demokratie. Nun zum Liberalismus oder zur Freiheitlichkeit. Für die liberale Demokratie ist das Verhältnis von Staat und Öffentlichkeit einerseits und dem Einzelnen, dem Privaten, ziemlich trennscharf bestimmt. Und ich würde sagen, erst mal aus ganz guten Gründen. Der Staat soll sich nicht einmischen in unsere individuelle Lebensführung. Der Einzelne verfolgt seine privaten Interessen. Als Bürger oder als Bürgerin ist er zu Rechtsgehorsam verpflichtet. Dazwischen ist gewissermaßen aus liberaler Perspektive nichts. Und klar, das Problem ist, ist, auch der liberale Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht garantieren, nicht rechtlich erzwingen kann. Das war ja diese berühmte Formulierung von Böckenförde, dass der liberale Staat von Voraussetzungen lebt, die er nicht einfordern kann, auf die er gleichwohl angewiesen ist. Und was ist damit gemeint? Naja, Ethos, Gemeinsinn, Solidarität, eben bürgerschaftliches Engagement. Dass man sich engagiert, obwohl man nicht durch das Recht gezwungen werden kann. Dass man sich engagiert, obwohl es einem privat vielleicht gar nichts bringt. Und genau das, dieser Zwischenbereich, für den die Zivilgesellschaft steht, das erscheint aus liberaler Perspektive gar nicht darstellbar. Das ist dann politisch völlig irrelevant. Das ist ein privates Vergnügen. Manche sammeln Briefmarken, andere engagieren sich für Flüchtlinge. Und das ist gewissermaßen auf derselben, nämlich irgendwie privaten Ebene. Das ist das Problem der liberalen Gesellschaft. Und zum Pluralismus, damit sind einfach heterogene Gesellschaften gemeint, in denen es eine Vielfalt von Identitäten, Lebensplänen, Religionen, Weltanschauungen gibt. Und das Problem liegt auf der Hand. Wir haben gesellschaftlich mit Konflikten zu rechnen, die der Staat nicht steuern kann, vielleicht auch gar nicht darf oder auch nicht will. Das sind dann gewissermaßen die gelösten Konflikte, wären die Ressourcen für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die ungelösten und vielleicht sich auch dynamisierenden, ganz schlimmen Konflikte würden eine Erosion des sogenannten gesellschaftlichen Zusammenhalts der Kohäsion bewirken, sodass sich aus der pluralistischen Demokratie heraus das Problem stellt oder erst mal die Frage stellt, was ist eigentlich Bürgerschaft? Was ist denn diese Civitas, wenn sie durch gemeinsame Werte zusammengehalten werden sollen? Das sind sozusagen wichtige zeitgenössische Diskurse in der politischen Philosophie und die sind jetzt für mich, vielleicht auch für uns, vor allen Dingen in dem Ergebnis interessant. Denn es stellt sich einfach hier heraus, dass die Zivilgesellschaft und das Engagement, das damit einhergeht, ein normatives, ein normativ-gehaltvolles Konzept ist und als solches auch einfach betrachtet werden muss. Ach, das geht ja gar nicht genau. Ich will sagen, die Zivilgesellschaft oder die Bürgergesellschaft, die man vielleicht eher sagen sollte, hat einen ganz spezifischen Ort und einen ganz spezifischen Handlungsmodus. Der Ort sind die Vereinigungen, die Bewegungen, die öffentlichen Assoziationen, in denen sich die Menschen eben jenseits vom Staat, dem Markt und ihren privaten Interessenslagen organisieren und engagieren. Das habe ich schon gesagt. Nun, der Modus ist, dass dieser Raum, dieser jetzt beschriebene Raum, ein Raum des sozialen Handelns ist, der durch ein ganz hohes Maß an Selbstorganisation und Selbstmotivation geprägt ist. Hier muss sich der Einzelne, also hier darf sich der Einzelne nicht bloß als Privatier oder als Staatsbürger verstehen, sondern sich als ein Akteur in ein solches Netzwerk der Kooperation einfügen. Ein Netzwerk, das durch Freiwilligkeit, durch Öffentlichkeit und durch Gemeinschaftlichkeit charakterisiert ist und dadurch dem Einzelnen, der sich da freiwillig engagiert, aber schon bestimmte Normen und Pflichten auferlegt. Und ich glaube, die kann man konkretisieren, wenn man weiterhin von Zivilgesellschaft in positiver Hinsicht sprechen will. Man müsste so etwas sagen, wie zivilgesellschaftliches Engagement gelingt genau dann, wenn man bereits die Bereitschaft zur Verständigung und zum Kompromiss mit anderen mitbringt. Und wenn wir die Folien hätten, würden Sie sehen, dass ich da eine Vielzahl von Werten oder ich würde ja lieber sagen Tugenden, aufgelistet habe, damit ich sagen kann, dass wirtschaftliches Engagement angewiesen ist auf Toleranz und Rücksichtsnahme, auf Empathie und Vertrauen. Und das ist eine ziemlich banale These, auch wenn sie so hier, wie soll ich sagen, moralisierend daherkommt. Denn kein Sportverein und keine Nachbarschaftshilfe, keine NGO und kein Protestmaß kommen ohne dieses Mindestmaß an ziviler Haltung bei ihren Mitgliedern aus. Es gelingt dann einfach nicht, ohne diese Tugenden sich in dieser freiwillig, aber selbstorganisierten Weise zu organisieren. Meine These ist also, dass der Wert der Zivilgesellschaft sich erst aus ihrer Verbindung mit einem demokratischen Ethos erhält. Wenn man das so sagt, dann kann man den Staat, aber auch der Zivilgesellschaft nicht mehr gegenüberstellen. Der Staat erweist sich als Verbündeter der Bürgergesellschaft, insofern er zum Beispiel die Bestandsvoraussetzungen der Zivilgesellschaften sichern muss. Dadurch, dass er die Akteure anerkennt, aber natürlich auch aktiviert, finanziert oder auch bestimmte Steuergesetze, Vereinsgesetze, Entscheidungskompetenzen der Stadtteilentwicklung zugesteht. Bestimmte Konsultationen der Bürgergesellschaft vornimmt. Natürlich auch bestimmte Programme an Schulen und an Hochschulen unterstützt. Erst mit einer solchen normativen Analyse kann man verstehen, dass eine bestimmte Zivilgesellschaft, das heißt bestimmte Organisationen, bestimmte Handlungsfelder als gut, als wertvoll, als förderungswürdig betrachtet werden. Und erst so wird verständlich, dass es sich bei der Zivilgesellschaft eben nicht um ein bloß analytisches, deskriptives Konzept handelt, sondern ein normatives Konzept, das eben deswegen regelmäßig herangezogen wird, um diese politisch-sozialen Problemlagen der Demokratie zu lösen. Ich habe eine ganze Liste vorbereitet, was die Zivilgesellschaft da alles leisten soll. Ich muss Ihnen das jetzt einfach vorlesen. Zum Beispiel soll diese enge Verknüpfung von demokratischem Staat und demokratisch angeleiteter Zivilgesellschaft Zwecke ganz allgemeiner Bedeutung verfolgen. Es soll um das Gemeinwohl gehen, um Bürgerrechte, um die Werte der freiheitlichen Grundordnung. Dann soll die Zivilgesellschaft Interessen der Bürger bündeln, auch eine Art regulative Kraft für bestimmte staatlich verordnete Politiken oder Missstände, die eine bestimmte Wirtschaftsordnung mit sich bringt, irgendwie verfolgen. Und es soll alternative Formen der Partizipation an politischen Prozessen bieten. Mehr Demokratie durch mehr Zivilgesellschaft. Es soll Öffentlichkeit schaffen, vielleicht auch gegen Öffentlichkeit schaffen. Mehr Legitimität ist hier das Motto. Dann soll natürlich die Eigenverantwortung der Bürgerin gestärkt werden, alternativ der Studierenden. Hier geht es um eben das bürgerschaftliche Ethos. Deswegen muss man auch Bürger, Tugenden oder Werte, wie mein Vorredner gesagt hat, stärken. Verantwortung, Toleranz, Solidarität. Natürlich geht es auch darum, dass durch ein solches Engagement gehofft wird, dass uns Integration, soziale und politische Integration gelingt, gewissermaßen das Böckenförderproblem gelöst werden kann, insofern sich soziale Bande entwickeln und sozusagen gestärkt werden. Ich fasse einfach mal zusammen und dann können wir auch in die Diskussion gehen. Es scheint mir ganz zutreffend zu sein, dass ohne eine lebendige und engagierte Zivilgesellschaft kein Staat zu machen ist. Jedenfalls keine prosperierende Demokratie. Insofern der Staat aber keine Zivilgesellschaft machen kann, sprich dem freiwilligen, selbstorganisierten, gemeinschaftlichen Handeln der Bürgerin keine bestimmten Werte und keine bestimmten Zwecke verordnen kann, bleibt der Staat, also die freiheitliche Demokratie, auf die Zivilgesellschaft angewiesen, ohne sie garantieren zu können. Das ist das Wagnis, das heute und in den nächsten Tagen von verschiedenen Perspektiven und die auch verschiedenen Akteuren ausgeleuchtet werden wird. Ich selbst hoffe, einen kleinen, vielleicht kritischen Beitrag hierzu geliefert zu haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank, Frau Kollegin Özman und vielen Dank auch nochmal, dass Sie mit den Fairnissen der technischen Ausstattung so souverän umgegangen sind. Was ist der oder was ist Zivilgesellschaft? Ich gucke so zu den zivilgesellschaftlichen Vertretern und da gibt es auch schon den Ersten, der sich dazu äußern möchte. Ja, vielleicht, also ich kann das sehr gut nachvollziehen und wir haben ja auch bei uns in der Zivilgesellschaft genau die Debatten, die Sie führen. Ich möchte vielleicht von erst zwei ganz empirischen Ausgangspunkten ausgehen. Einerseits Flüchtlingskrise Zorneding, ein schwarzer Pfarrer, der gemobbt wird. Plötzlich steht sozusagen eine ganze Zivilgesellschaft auf, die davor auch nicht sichtbar war. Heidenau, sozusagen eine ganz andere Form von Gesellschaft, die sozusagen in der Tradition ja offenbar nicht diesen Untergrund hatte, aus dem sich sozusagen auch eine tolerante Haltung gegenüber Flüchtlingen oder gegenüber Menschen. Und wenn man das jetzt mal versucht, sozusagen theoretisch zu sehen, dann würde ich sagen, Sie haben sehr betont auch den politischen Aspekt von Zivilgesellschaft. Ich würde immer sagen, er ist immer da, aber im Potenzial ist. Also ich finde da eine ganz schöne Unterscheidung bei John Dewey, der mal unterschieden hat zwischen Commons und Public. Also Commons heißt zum Beispiel der Briefmarkenverein, zum Beispiel der Sportverein, der macht mal erst was, der macht mal Sport, die sammeln Briefmarken. Aber es gibt einen Teppich an zivilgesellschaftlichen Organisationen, die nicht per se politisch sind, im Sinn von Public, aber die in dem Sinn wie Zorneding dann irgendwann mal auftreten können und sozusagen, wenn das Public Interesse, das politische Interesse da ist, dann tatsächlich in Erscheinung bringen. Also sie sind nicht wie Attac, beispielsweise ein dauerpolitisches Thema, so wie die Zivilgesellschaft ja am Anfang eingeführt haben, als dauerpolitische Interessensvertretung, sondern sie sind erstmal als Teppich da, der aber an einer bestimmten Stelle sozusagen hochpoppen kann und politisch werden kann. Also ich glaube, das ist so der Raum, der so zwischen dem einerseits Gemeinwohnorientierten und dem, was Habermas so deliberative Demokratie genannt hat, so dazwischen changiert. Es war als wenn ihr eine Frage habt. Ja, also vielen Dank, ich finde den Hinweis sehr wichtig und das gehört ja zu dieser Aufzählung von, wer ist eigentlich ein zivilgesellschaftlicher Akteur auch immer mit dazu, dass man die Vereine nennt und sind keine politischen Vereine gemeint, sondern Sportvereine, Schachvereine, was weiß ich, Kaninchenzüchtervereine und so weiter. Und das Faszinierende hier scheint zu sein, dass ohne irgendeinen politischen Auftrag jedoch irgendwie kooperiert wird, eben in diesem Zwischenbereich und dass hier die Ressourcen jedenfalls dafür gesehen werden, was sich am Ende dann als soziales Band herausstellen könnte. Ich weiß nicht genau, wie man das eigentlich empirisch genau untersuchen könnte, aber das Gegenteil kann man, glaube ich, empirisch untersuchen. Gesellschaften, in denen diese Formen des Engagements nicht möglich sind oder politisch nicht gewollt werden, sogar verhindert werden, sind Gesellschaften, die, wie soll ich sagen, alles andere als lebendig sind, alles andere als offen sind und sozusagen keine Entwicklungsmöglichkeiten haben, die irgendwie erstarren. Vielleicht könnte man es negativ wenden und dann wirklich verstehen, die Sache mit dem Tärk, das finde ich ganz wichtig. Vielen Dank, Wolfgang. Ich habe gerade die Information bekommen, dass für das Abendessen wir heute tatsächlich sagen müssen, was wir wollen. Wir haben die Auswahl zwischen verschiedenen Gerichten nur einen Salat. Ich gebe jetzt fast wegen der Schule oder im Kurs diese Liste durch und bitte, um Spriche zu machen, die einigermaßen voneinander unterscheidbar sind. Ich glaube, wir schaffen das und wird bei Ihnen. Gut, dann kann ich in der Zwischenzeit keine Spriche gemacht werden. Weiter gehen Sie bitte schon. Vielen Dank. Sehr gut. Danke kurz, wenn Sie. André Taubenberg, Stiftung Wertbündnis Bayern. Und darin geht auch gleich meine Frage. Sie haben ja geschlossen, mit dieser Frage, kann Staat Zivilgesellschaft anregen? Und meine Frage wäre jetzt, könnte nicht das Wertbündnis Bayern so ein Beispiel sein? Denn das ist ein Zusammenschluss von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das Ganze wurde aber angeregt durch eine staatliche Initiative, die dann aber sozusagen in Freiheit entlassen wurde, sich selbst zu organisieren. Wäre das nicht so ein Modell, das man da anführen könnte, für eine Möglichkeit von staatlicher Seite, zwar der Zivilgesellschaft keine Vorschriften zu machen, aber sie zur verstärkten Zusammenarbeit anzunehmen? Also auf jeden Fall. Also mir kommt es auf die Formulierung mit dem Garantieren an. Garantieren kann der freiheitliche Staat nur das, was er mit Recht und Ordnung, also mit Law irgendwie, verordnen kann, weil er nur das sanktionieren kann. Aber unterhalb dieser Ebene hat natürlich auch der liberale Staat eine Vielzahl von Förderungs- und Anregungsmöglichkeiten. Das zeigt sich zum Beispiel für die Anregungen von einem demokratischen Ethos genau dann, wenn wir politische Bildung betreiben, die ja auch nicht willkürlich ist, sondern natürlich für eine demokratisch-freiheitliche Mündigkeit der zukünftigen Erwachsenen wirkt. Und das geht natürlich auch in Bezug auf zivilgesellschaftliche Akteure und die Überführung des Wertebündnisses in einer Stiftung scheint mir ein gutes Beispiel zu sein. Nur erzwingen kann man das nicht, man ist gleichwohl darauf angewiesen und muss darauf hoffen. Herr Tom Schmidt, ich habe eine Frage und zwar gründen wir gerade in der zweiten Hälfte der Tagung ein europäisches Netzwerk der Beformsinitiativen gründen. Und ich bin jetzt seit sechs Monaten dabei zum Schreiben, was eigentlich eine europäische Zivilgesellschaft ist. Kommt jetzt halt auch mal einen soziologischen Interesse her, wenn man sich jetzt mal eine Zivilgesellschaft anschaut, ist es für mich extrem, auch extrem politisch. Also einerseits diskursiv, aber einerseits auch über die Praktiken. Einen extrem inklusiven Sportverein, den ich selber als Handballer habe, habe ich auch noch nicht erlebt. So, wenn man sich mal so die Diversität von Handballerhofen an der Zivilgesellschaft zum Beispiel anschaut, solche Beispiele. Da gibt es also auch viel, auch wenn man das dann auch noch so eine kürzere Ebene ausbreitet, also wo hört denn dann auch die Frage nach der Zivilgesellschaft auf und wo beginnt es irgendwie die Zivilgesellschaften zu werden? Oder wie würden Sie quasi das beschreiben? Also jetzt unter meiner normativen Perspektive, die aber auch nicht die einzige ist, aber unter meiner normativen Perspektive habe ich versucht stark zu machen, dass wir die Zivilgesellschaft, zum Beispiel auch die europäische Zivilgesellschaft, nur dann als etwas Positives und Förderungswürdiges begreifen können, wenn sie sich gewissermaßen einem Wertekluster verpflichtet fühlt. Und das kann in der Demokratie ausschließlich ein an demokratischen Werten und Tugenden orientiertes Cluster sein. Und deswegen kann für uns zum Beispiel die Hamas keine zivilgesellschaftliche Organisation darstellen. Ob es die katholische Kirche sein kann, weiß ich nicht. Einige Akteure ja, aber vielleicht auch erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und nicht schon immer. Andere würde ich sagen, nein, das gilt es vielleicht dann auch immer herauszufinden. So, das heißt, die europäische Zivilgesellschaft wäre für mich genau dann verständlich zu machen, wenn wir einen europäisch-demokratischen Wertekanon jetzt benennen könnten. Und das gewissermaßen Scheitern einer vernünftigen europäischen Verfassung spricht da Bände. Scheint mir. Dass das nicht gelungen ist, in einer Form, die für den Bürger und die Bürgerin ähnlich verständlich ist, wie zum Beispiel die Werteordnung, unter der wir hier in der Bundesrepublik leben, das ist das Grundgesetz. Das wäre vielleicht so die erste Antwort, die ich geben würde. Und da kommen wir zu, das war ja nur ganz kurz, sonst darf ich dich gar nicht sagen. Ganz kurz. Werte, Vertrauen, Demokratie, Solidarität, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das per se demokratische Werte sind. Denn die könnten wir ja sehr gut vorstellen. Das ist in der Hamas oder bei der AfD, das ist schwierig, vielleicht. Sondern da eben Vertrauen, Empathie untereinander sehr wohl feststellbar ist. Das Problem ist, dass es eben internes Vertrauen ist. Die große Frage ist, wie sieht es eben mit den anderen aus? Das scheint mir die Brücke zu sein, über die man sprechen müsste, dass wir ja das spannen können. Ja, also Sie haben ja vielleicht, das finde ich eine wirklich sehr schöne Frage, weil es vielleicht auch auf so einen Schachpunkt in meinem Vortrag, aber vielleicht der gesamten Debatte auch Hinweis. Also zum einen finde ich es richtig, die Zivilgesellschaft als ein beschreibendes Konzept, als ein analytisches Konzept zu verwenden. Wir verstehen damit viel. Wir verstehen zum Beispiel die Arabische Revolution in den ersten Monaten, was dort passiert ist. Wir verstehen dann auch ganz gut, wie die dann gekapert werden konnte, durch andere Organisationen mit anderen irgendwie Zwecken. Der Tarierplatz zum Beispiel war ein Ort, der zu dem Public gehört, wo sich Menschen mit sehr, sehr unterschiedlichen sozialen Herkünften, religiösen Überzeugungen, Bildungsniveaus, die sich sonst vermutlich nirgendwo begegnen hätten können, begegneten. Das gilt in kleinerer Weise auch für den Handballverein und wahrscheinlich auch für die Nachbarschaftshilfe. Man kommt zusammen und hat ein gemeinsames Interesse und muss sich irgendwie zusammenraufen. Und das hat schon ein gewisses demokratisches Element. Man muss den anderen, der vielleicht sehr anders ist als man selbst, weil er aus einem anderen sozialen Milieu kommt, tolerieren und mit ihm sich irgendwie einigen. Das ist das analytische Konzept. Aber das normative Konzept würde es uns verbieten, zum Beispiel die Muslimbrüderschaft in Ägypten als einen zivilgesellschaftlichen Akteur zu begreifen, weil sie in ihrem Wertesystem, das unglaublich kräfte- und kohäsionsstiftend übrigens ist, die halten wirklich zusammen und die haben wirklich Werte, die können die auch richtig benennen, weil es zugleich exkludierend ist. Es gibt sozusagen Zugangsvoraussetzungen, die mit der Demokratie nicht vereinbar sind. Und ich mag aber eigentlich die Spannung zwischen diesen beiden Dingen, weil es das Konzept der Zivilgesellschaft irgendwie auch lebendig hält und für uns, die wir noch, wie soll ich sagen, hier jedenfalls relativ homogen wahrscheinlich sind von unseren Herkünften her dazu auffordern, doch noch einmal darüber nachzudenken, wen wir im Moment nicht bereit sind, in der Bundesrepublik als zivilgesellschaftlichen Akteur zu akzeptieren, obwohl die Gruppe, die Bewegung, die Organisation, der Verein alle möglichen der Kriterien, die ich hier aufgezählt habe, erfüllt. Was hindert uns daran, die zu akzeptieren? Wenn wir mal mit dem Grundgesetz kommen, aber in dieser Spannung oder in diesem Manko vielleicht auch meines Vortrages würde ich Sie gerne in die Kaffee pauseln. Ist das okay für die beiden? Sie haben gemeldet. Nein, gerne auch weitere Fragen. Also wenn noch Zeit ist für eine Frage, würde ich schon gerne nutzen, weil Sie sich unbedingt auch etwas beziehen, was Sie vorhin gesagt haben, wenn Sie noch nicht lang dauern. Ich habe es ganz kurz. Ich habe es immer nachgedacht. Wie gesagt, ich steckte vorhin die Verbindung her zwischen zivilgesellschaftlichen Zivilgesellschaft als Voraussetzung für einen demokratisch verfassten Staat. Und ich würde sagen, bis um drei, vier Jahre so hätte ich auch dem schwärmerischen Verständnis von Zivilgesellschaft beigepflichtet. Und dann habe ich Colin Crouchs Postdemokratie gelesen und Spiegelerns Simulative Demokratie. Das sind beides Bücher, die sich eigentlich mit der aktuellen, ja möglicherweise Entartung von Demokratie beschäftigen, wo der Nikolese vertreten wird, dass zwar auf dem Papier demokratische Prozesse weiterhin ablaufen, das aber eigentlich Geschicke der Staaten von Wirtschaftskräften, von einzelnen Staatenakteuren, eigentlich umgekehrt. Und bei Colin Crouch bin ich auch über den Passus gestolpert, dass eine lebhafte Zivilgesellschaft auch als Ausdruck eines Misstrauens am Staat verstanden werden kann, wenn der Staat nicht mehr in der Lage ist, den Bedürfnissen gerecht zu werden und sich die Zivilgesellschaft ihren eigenen Auslass schafft. Das war jetzt eben speziell, ihr spezieller Kofferfaktor. Ja, danke auch für diesen Hinweis. Rückgreifend auf diese EU-Frage würde ich zum Beispiel sagen, die EU als politische Ordnung ist tot, ist erledigt. Ist bestenfalls das, was Crouch zum Beispiel als Spektakel, als Theater, Politiktheater irgendwie beschreibt. Hier fehlt es wirklich an sozusagen bürgerschaftlichem Fundament. Und es gibt zunehmend EU-Bürger, die sich mit der EU identifizieren oder bereit wären, sich zu engagieren, geschweige denn, dass sie Leidenschaften haben. Ich meine, positive Leidenschaften für die EU. Und das ist wirklich dramatisch. Ob es nicht unabhängig davon dennoch eine europäische Zivilgesellschaft gibt, das wäre jetzt wirklich herauszufinden. Und wenn das so ist, dann kann es offenbar Zivilgesellschaft geben, ohne eine lebendige Demokratie. Das wäre interessant. Ich glaube nur, dass das zum Beispiel zunächst in Ägypten der Fall gewesen ist. Das ist auf jeden Fall der Fall gewesen in bestimmten osteuropäischen Ländern in den 80er Jahren. Also auch genau das passiert. Der Staat war gewinnst, das ist tot und erledigt. Und es gab irgendwie Akteure, die irgendwie gemeinsame Werte hatten. Was ich an dem Hinweis auch so wichtig finde, ist, wenn wir jetzt noch Chantal Mouffe dazu nehmen, die ähnlich auch eine schlimme Diagnose in Bezug auf unsere westlichen Demokratien fällt. Und dann aber sagt, Zivilgesellschaft ist aber nichts Friedliches. Da geht es nicht um Konsens und so, sondern da geht es um Konflikte. Es geht um Leidenschaften. Dann kriegen wir nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Zivilgesellschaft. Insbesondere auf die Frage der Friedlichkeit. Das sind vielleicht genau die Akteure, die besonders laut und besonders unangenehm sind. Und dadurch gewissermaßen zu einem Reformmotor in einer solchen erstarrten politischen Ordnung werden können. Inwiefern man die dann aber noch auf die Demokratie, die Demokratie verpflichten kann. Inwiefern sie bestimmen können, über Demokratie hinauszugehen, alternative Formen der politischen Ordnung oder der Wirtschaft vorzuschlagen. Das ist eine Frage, die wer beantworten soll? Die Zivilgesellschaft selbst? Der Sieger der Geschichte? Jedenfalls nicht die politische Philosophie. Vielen Dank.